Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar ist heute ein Paket bei uns zu Hause eingetroffen und es ist von mir. Ich habe es von meinen lieben Ehrenleuten von Shaovengers bekommen. Und so habe ich Schuhe zugeschickt bekommen. Und die werden wir jetzt öffnen. Ich freue mich schon drauf. Das sind Costume Sneaker. Falls ihr nicht wisst was es ist. Das sind Sneaker. Und die werden, je nach Belieben, werden sie dann designt. Bei mir in dem Fall so wie mit Bart Simpson. Und ihr werdet sehen was ich meine. Ihr werdet das jetzt gleich sehen. Und zwar sieht das Jordan 1 mit. Ich hoffe man kann mich hier verstehen und hören. Und so sage ich euch jetzt mal das Paket. Da ist die Rechnung. Hier ist der Gutschein drin. Den will ich euch aber nicht zeigen weil der für mich ist. Und hier sind die Visitenkarten. Daraus ist deren Instagram verlinkt. Könnt ihr gerne abschicken. Und hier sind die Schuhe drin. Die werde ich gleich anziehen. Und euch dann zeigen wie das dann aussieht. Schaut euch mal die Schuhe an. Also ich kann mich nicht beschweren. Schick die wirklich gerne auf Ehre ab. Falls ihr auch solche ähnlichen Schuhe haben wollt. Sie machen alles mögliche. Und man kann sich auf die auch verlassen. Das sind auch schicke Ehrenbrüder. Alter das. Hey. Übel sick. Hat wirklich sehr nice gemacht die Ehrenmänner. Alter Alter. Was soll ich das nun noch sagen. Was soll ich das nun noch sagen. Also meine lieben Freunde. Das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat. Dann checkt die Ehrenbrüder wirklich sehr gerne ab. Wie ihr es hier gerade sehen könnt. Die Schuhe. Die Fitten übel. Die sehen richtig auch nice aus. Hier oben das. Dann hier oben auch mal wieder das. Hier das wie es alles gezeichnet wurde. Alter. Ich. Ich. Ich kann mich nicht mal ein Wort mehr ausdrücken. Jetzt mal ehrlich. Die machen so nice Schuhe. Also. Wenn ihr das auch haben wollt. Dann meldet euch einfach bei denen. Bei Instagram. Schreibt denen gerne was ihr haben möchtet. Dann bekommt ihr es auch. Bei mir hat es noch etwas lange gedauert. Es wurde schon. Im Januar. Geregelt. Und ich dachte es würde früh ankommen. Aber. Es gab halt. DHL Probleme und so alles. Ich bin froh dass die überhaupt angekommen sind. Wirklich sehr sehr nice. Sieht sehr 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 wild aus. Und ja. Wenn ihr das auch haben möchtet. Dann meldet euch gerne bei denen. Ansonsten würde ich dann sagen. Wenn euch das Video gefallen hat. Dann. Lasst den Like da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Dann könnt ihr es gerne machen. Ansonsten würde ich dann sagen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und haut rein. Macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.